Hi zusammen, ich bin Jenny vom Kanal, hier kommt Jenny. Und ich bin die Nora von All About Nori. Und wir sind hier bei We Love Fashion. Wir werden jetzt am We Love Fashion drehen und da, wo das Rad stehen bleibt, zu dem Thema müssen wir dann ein Auffiz kreieren. Dafür haben wir aber nur 60 Sekunden Zeit. Und ihr entscheidet am Ende, wer gewinnt. Sollen wir drehen? Let's drehen. Let's drehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich gewünsche. Oh Gott! Ich meine, ich habe also, roter Teppich ist ja auch jetzt nicht klassiker. Gerade das, was man jedes Mal irgendwie macht, oder? Nee, aber ich glaube, wir schaffen das. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, ähm, lass mal gucken, was ist hier so cool. Normalerweise ziehen alle ja auf dem runden Teppich ein Kleidchen an. Kleid? Das, was ich natürlich nicht machen werde, weil ich mache was ganz Besonderes. Oh, Jenny, was hast du vor? Ich glaube, ich mache mal ein bisschen schicker. So ein bisschen fraulicher. Oh, fraulicher, okay. Also nein, aber Erwachsene. Also nicht so Kleidchen-Mäidchen-Mädchen-Mädchen. Okay, ich glaube, ich gehe genau da hin. Kleidchen-Mäidchen. Aber das ist ja auch dein Sehen. Ja, ich mag ja gerne so. Girly-Sachen. Ich mache Black and White. Hm, was sage ich denn hierzu? Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe es. Oh, das ist natürlich grandios. Ein Sirenenkleid. Also ich bin soweit, glaube ich. Ich weiß soweit. Tja, die Nuri braucht mal wieder stundenlang. Ja, ich weiß. Ob du dich auszahlt. Boah, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen... Das sieht schon Bombe aus. Das sieht schon aus wie eine Granate. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. Ich muss dich beeilen, Nuri, weil du brauchst auch noch eine Tasche. Oh, 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 oh. Äh, okay, okay. Ähm. Okay, okay. Entweder nennen sie so eine Schlichte. Ja, mit den Schonen ist geil. Ist geil. Also ich halte... Man sieht dich. Man sieht mich. Das kann man nicht abstreiten. Also richtig conträr, würde ich sagen. Ja, aber hallo. Boah, also ich weiß nicht. Bei mir. Schauen wir. Great. Du bist ja ein richtiger Blick. Ach, danke dir. Du auch. Dankeschön. Super, super schick siehst du aus. Ganz elegant. Genau, ich dachte ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schlichter. Ich habe mir gedacht, ich bin auf so einer Charity-Gala vielleicht. Oh ja. Weißt du, ein bisschen zurückhaltender. Das passt. Super. Nicht so ganz. Aber du bist ja, also ich würde sagen, von Hollywood. Ja, ich dachte, ich gehe mal aufs Ganze heute und blende mit dem Red Carpet zusammen und so. Ja. Und ja, ich habe mich irgendwie so ein bisschen an die Kardashians, Hollywood, so, noch mal einen draufsetzen. Sehr oft in jedem Frage los. Aber jetzt dürft ihr natürlich eh entscheiden, welches Ausgut gewonnen hat. Entweder mit dem Hashtag Nori oder Hashtag Jenny. Und lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abo nicht vergessen. Und wenn ihr noch mehr We Love Fashion sehen wollt, schaut hier rein. Genau. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.